Guten Tag! Ja, das war jetzt gerade die Hupe. Das ist das einzige was man so hört. Dieser Wagen ist sehr, sehr leise. Das Fahrzeug geht in die Schweiz an einen Bestandskunden. Sehr selten wird in Europa nicht verkauft. Das ist ein 2017er, also sehr jung. Toyota Highlander Hybrid Limited Platinum Vollausstattung. Das ist ein sehr schönes Familienauto, ein Siebensitzer oder zumindest ein optionaler Siebensitzer und er kommt in diesen wunderschönen Perl-Weiß Metallic von Toyota. Das habe ich schon immer gemocht, diese Farbe. Hat viel Platz, wie man sehen kann. Und ist ein Hybrid. Hinzu kommt natürlich auch ein Allradfahrzeug, was für die Schweiz nicht unwichtig ist. Dieses schöne Fahrzeug, den Blick auf den Marker ihres Vertrauens, wurde natürlich vorher überprüft und als gut gefunden. Es kommt aus dem Fähr in Arizona zu uns Florida und geht dann auf die Weiterreise. Schauen wir mal in den Kofferraum. Ja, das ist elektrisch. Das geht von selber hoch. Kann man auch mit der Fernbedienung machen. Das ist sehr schön gemacht. Hier sind jetzt, wie man sehen kann, die Rücksitze ausgebaut. Das heißt, man hat in der Mitte zwei sogenannte Pilot Chairs mit einer Mittelnkonsole und hinten können drei kleinere Menschen leben. Und hier hat man dann einen kleineren Kofferraum. Das Fahrzeug ist komplex, fast wie neu, war ein Langstreckenfahrzeug mit einem Vorbesitzer unfallfrei. Und diese Sitze lassen sich dann versenken und dann hat man einen recht großen Kofferraum. Wenn man dann da oben drückt, dann geht das wieder runter. Das ist sehr schön. Da haben wir schön 20 Zoll Chromfelden. Innenlederbeige. Auch sehr schön, sehr geräumig hinten. Man kann die Klimaautomatik hinten aussteuern. Genügend Anschlüsse, um so Sachen aufzuladen wie iPads, DVD Player. Hat ein JBL Soundsystem. Ein Schiebedach, elektrisch. Hier mal noch einen Blick auf die hinteren Sitze. Eher für, wie gesagt, kleinere Menschen gedacht. Viele Becherhalter. Viele, viele Becherhalter. Hier vorne rein. Hier sind die Schlüssel. Start-Stop. So, jetzt habe ich das Auto angemacht und man hört nichts. Ein Hybrid. Verbrauch natürlich sehr, sehr wenig. Hier ist das große Toyota Soundsystem. Natürlich Automatik. Sitzheizung mit mehreren Stufen. Mehr Stufen Klimaautomatik. Bluetooth etc. Verbindungsmöglichkeiten. Wahrscheinlich auch mit allen Telefonen. Alle Handbücher natürlich vorhanden. Das Fahrzeug geht dann zu unserem Umbrisspartner in der Schweiz. Und da kümmern wir sich um die Schweizer Zulassung, MFK etc. Hier noch ein LCD-Display in der Mitte. Da auch die Laufleistung zu sehen. Schauen wir noch mal auf den Motor. Hier ist der Hybrid. Das Fahrzeug hat ganz viele Sticker. Auch hier alles sehr gepflegt. Das Fahrzeug wurde vom Händler vorher noch mal überprüft, geserviced und geteilt. Hinzu kommt zu dem Elektromotor. Hat er dann den klassischen V6 von Toyota. Mit, ich glaube, 4 Liter Hutraum. Ne, 3,5. Und mittlerweile gut 280 PS. Das Fahrzeug ist recht gut, gut stark. Und das ist die neueste Variante vom Highlander Hybrid. Er ist gewachsen. Der Kunde hatte den Vorgänger, ich glaube, 2011 oder 2012. Er war sehr zufrieden. Er und seine Familie. Und steigt nun auf in den Druck der 2017er. Wir, das Team von Schoner Autoburg, was wünschen Ihnen, lieber Kunde in der Schweiz, Eiszeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit Ihrem 2017er Toyota Highlander Hybrid Limited Platinum. Und viel, viel Spaß damit. Da wir uns hier schon bei unserem deutschen Verschiffungspartner befinden, bewegen wir das Fahrzeug in unserer Verladerampe. Und dort wird es dann verpackt im 40-Fuß-Container. Der 40-Fuß-Container geht dann nach Miami. Verbleibt dort drei Geschäftstage im Zoll. Und geht dann auf seine Seereise nach Bremerhaven. Von Bremerhaven geht es dann weiter mit T1 Papieren zum Umrüster in die Schweiz. Vielen Dank und auf Wiederhören.